Jetzt drücke ich hier von der Zeit her sind wir jetzt ungefähr bei 10 Minuten und nachweislich zeige ich euch gleich die PPB. Das ist eine Messeinheit, die hier gezeigt wird. Gehalt vom freien Wasserstoff. In 10 Minuten haben wir bis zu 3000. Hier siehst du die Hydrogenflasche, die produziert den freien Wasserstoff. Die haben das gerade befüllt aus dieser, in dem Fall als Urlaubsquelle. Das ist der spezielle Anschluss, kein Festanschluss. Wie du siehst, hier ist der Pelator abgemacht worden. Man kann das Wasser nehmen, aber unbedingt muss das gekühltes Wasser sein. Und hier geht Leitungswasser rein. Da teilt sich das Wasser. Hier vorne entnimmst du das Wasser. Ganz einfach. Und so haben wir die Flasche auch befüllt. Ich habe Dost bekommen. Schönen Abend. Hier wird Freiwasserstoff produziert als stärkstes Antioxidantmittel, was die freien Radikale im Körper bindet. 280 Milligramm wird hier gemacht. Mit diesem H2. Was für den Körper, für das Immunsystem mega toll ist. Aus dieser Komfortquelle. Aus dieser Wasserquelle haben wir das Wasser genommen. Nach 5 Minuten ist das fertig. Trinken einfach mega.